so hallo liebe leute ich begrüße euch heute ganz herzlich ich möchte heute oder ich werde heute ein beschleunigungstest machen und zwar werde ich bis 100 durchbeschleunigen laut tacho und dann gucken wir mal dann stoppen wir mal die zeit im video bei 50 bei 70 und bei 100 was vor der beschleunigung haben dafür will ich das gleiche vorne und so anhalten und dann den beschleunigungstest starten also wenn euch das interessiert schön dass ihr dabei seid also beschleunigungstest 0 auf 100 mit abstufung 50 70 und dann 100 laut tacho und da gucken wir mal ein video aus was wir dann für eine zeit haben also wenn das auto durch ist fahren wir los 3 2 1 los ja also gefühlt an die zehn sekunden würde ich sagen weiß ich nicht gucken wir uns nachher im video an oder im schnittprogramm sehe ich das da kann ich das messen ja also das war nur ein quickie heute aber egal muss auch mal sein ich würde sagen vielen dank dass ihr dabei wart wenn euch das video gefallen hat was gerne daumen hoch da was gerne auch ein abo da join meinen whatsapp kanal und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video bis dann leute tschüss